Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem erneuten Backtracing Video. Ich werde auch gleich etwas näher filmen. Ich habe nämlich heute eine neue Probande hier. Ich weiß gar nicht, hast du ein Tattoo? Ich habe keine Tattoo. Ich glaube, das ist meine erste Probande ohne Tattoo. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich deinen Namen sagen darf. Darfst du ja? Das ist die Dina. Die Dina. Genau, und wir machen heute ein bisschen Backtracing. Ganz leichte Massage und auch noch ein bisschen am Kopf was. Aber eins nach dem anderen. Genau. Ja, ihr seht, ich habe mir die Klaus ausgepackt. Und seit ich die wieder entdeckt habe, sind die jetzt irgendwie wieder richtig oft dabei. Ich hoffe, ihr mögt sie so gern wie ich. Also ich finde die auf jeden Fall selbst auch unglaublich angenehm. Und zwar entlang der Wirbelsäule um die Schulterblätter. Bist du eigentlich Kitzlöcher? Ja. Ja. Seitlöcher? Ja. Ja. Okay. Weiß ich bescheuert. Ja. 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 Als nächstes werde ich jetzt etwas ranzoomen. Dann habt ihr auch noch ein bisschen mehr visuellen Trigger dabei. Als nächstes habe ich diese wunderschönen Wimpernbürstchen. Die machen ganz, ganz tolle Sounds auch. Und sind auch unglaublich angenehm. Auch hier gehe ich wieder die Wirbelsäule entlang. Ja. 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 Auch mit ein paar wellenartigen Bewegungen. Und die hier am Schulterblatt entlang. Und die hier Und weil ich das jetzt einfach immer wieder gerne mache, lasse ich dich jetzt auch nochmal Buchstaben raten, also Wörterraten eher, muss ich mir mal überlegen, ein leichtes Schreibst du das gerade schräg? Ja, also das ist quasi hier unten und hier oben. Achso. Nochmal schwieriger. Nochmal. Nochmal. Okay, nochmal. I. War das noch nicht? B. Ja, sehr gut. Erster Buchstabe. L. Ja. O. Ja. M. Sehr gut. E. Ja. Zungen. Blumen. Blumen. Das ist gar nicht so leicht. Man denkt immer, dass dieses Buchstabenschreiben so leicht ist. Das ist tatsächlich schwieriger. Es ist nicht sicher. Ja, genau. Ja, genau. Ja, auch mal. Ich glaube, das war sogar bei der Katie zuerst relativ klein und schnell geschrieben. Und ich habe einfach gar nichts gecheckt. Ja, genau. Auch einer meiner neueren Erobiten, die tollen, eigentlich sind es ja Ohren, so für die Ohrenreinigung theoretisch. Aber ich glaube, kein Mensch benutzt sie dafür wirklich. Also, die sind neu, keine Sorge. Diese kleinen Vattelbäuschen. Richtig angenehm weich. Echt sehr, sehr praktisches Oberteil von ASMR. Das tat ich mir. Deswegen habe ich so Angst. Ja. Perfekt. Ja. 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 Was war für dich bisher am angenehmsten? Die Klaus, die Wimpernbürstchen oder diese Wattebäusche. Ich glaube, ich fand die Klaus bisher am angenehmsten. Ich fand die auch bisher in anderen Videos immer schon so toll. Und jetzt die an sich selbst gespürt zu haben, war irgendwie besonders toll. Ich glaube auch echt, dass es richtig cool ist, wenn man die Videos schon lange guckt und sich immer vorstellt, wie es sein könnte. Ja, das stimmt. Und es dann mal wirklich selber an sich spürt. So. Jetzt nehmen wir langsam die Haare dazu. Du hast ja auch richtig tolle, lange Haare, gell? Die sind auch nicht gefärbt, oder? Ja, ich meine Natur. Aber sehr, sehr schön. Ein bisschen Hairplay. Kann auch nicht schaden. Jetzt wirst du meinen Lieblings-Trigger kennenlernen. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Du weißt es wahrscheinlich schon. Tatsächlich noch nicht. Nein. Ah, das sind ihre, ähm, habe ich gerade das Wort vergessen. Diese Stäbchen. Ja, genau. So entweder Essstäbchen oder halt Chopsticks. Ich nenne sie immer Scalping-Sticks, aber das ist eigentlich kein korrektes Wort. Also ich finde es wirklich sowohl auf der Haut, als auch ebenso durch die Haare und an der Kopfhaut angenehm. Und zusätzlich macht es halt auch richtig tolle Sounds. Und es ist ja oft eher das Problem bei diesen Real-Person-Geschichten, dass man es manchmal nicht so intensiv hört. Kann man auch die Haare so schön abteilen. Also wenn du mich jetzt noch mal fragen würdest, was mein Lieblings-Trigger wäre, würde ich sagen, diese Stäbchen. Ja, okay, die sind, das glaubt immer keiner, aber das ist so angenehm. Also kann ich nur empfehlen, sich wirklich mal Essstäbchen zu kaufen und mal an sich selber auszuprobieren. Wobei das ja echt immer so ist, wenn man das selber an sich macht, das ist ja nie so schön, wie wenn sie jemand anderes macht. Ja, das stimmt, Leute. Und es könnten alle irgendwann abends vorm Fernseher sitzen und dann irgendwie so selber an sich. Hättest du eigentlich so leichte Wellen in den Haaren? Ja, genau. Schauen, gell? Ja. Die sind aber meistens glatt, aber manchmal, wenn ich sie so schön gemaschen habe, dann wählen sie sich leicht. Ah, okay. Aber so hast du sie jetzt nicht irgendwie extra hingefüllt oder geglättet oder sonst nicht? Nee, das verstehe ich nicht. Ich habe mir mal vor einiger Zeit eine Tauermelle machen lassen, aber die ist größtenteils wieder raus. Wenn ich sie stark in uns teilen würde, dann würde man die Tauermelle noch sehen, aber das mache ich eben so ganz selten. Ach, krass. Mit richtigen, so großen Wellen, oder waren das kleine? Ja, so kleine Wellen waren das. Ah. Es ist auch gar nicht mehr so oft, dass das jemand macht, gell? Bestimmt. Aber aktuell ist es ja ein Trend, dass sich ganz so viele Jungs eine Tauermelle machen lassen. Echt? Genau. Bei Mädchen sieht man es eher selten. Es kommt alles wieder. Auch wenn es meine Mama in ihren 20ern war, da war es total modern. Also so in den 90ern halt. Da hatten ganz viele Frauen dann diese Tauerwelle. Bestimmt. Und jetzt haben sie es die Männer. Sehr witzig. So, jetzt träße ich noch ein bisschen am Rücken. Okay. So. Es ist kitzelig. Ein bisschen aber ist angenehm. Kitzelig. Ja. Und jetzt treiben. Und deshalb auch immer so entspannend, es hat schon was Meditatives, ja das stimmt. So, jetzt habe ich hier so eine ganz süße Babybürst, die ist ganz weich. Ich meine, ein bisschen über die Haare, die machen eigentlich nichts jetzt so kaputt, sondern nur so die Oberfläche. Ein bisschen weich. Ich hoffe, niemand von euch triggert diese Fleck, das ist ein Ölfleck. Die gehen einfach nicht mehr gescheit raus. Aber es ist mir jetzt erst gerade beim Drehen aufgefallen. Das ist ein Ölfleck. 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 Damit kann ich natürlich auch ein bisschen die Durk raschen. Und ich... Das ist ein Ölfleck. Ja, wir kommen jetzt mal hin. Und ich habe ihm noch ein Ölfleck. Ich spiele mich mal sind und die Lehrer hart solche Sachen. inevitable, mir geht es schnell mal nähe. Wirныхضen auf. Dieachenstrafen sind mit drei Minuten. Vielen Dank. So, ich hoffe, alle werden jetzt wirklich langsam müde, alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich hoffe, ihr könnt euch alle wunderbar in die Neue-Neue-Inferenzern. Es geht nämlich schon langsam dem Ende zu. Da vergeht die Zeit echt immer schnell. Ich dachte mal, vielleicht mache ich so ein Video auch mal wirklich eine Stunde lang. Nur momentan ist es halt so, dass ich die Videos einfach brauche. Und ja, wenn ich mal zwei Stunden Zeit habe, dann mache ich halt hier drei Videos anstatt nur eins. Aber so was habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Zu einem One-Hour-Backtracing und Airplay. Okay. Ich glaube, ich könnte echt sehr entspannen und ein perfektes Einschlafvideo sein. Weil jetzt dann 20 Minuten noch ein bisschen zu gut, dass ich auch bestehen kann. So, ihr Lieben. Jetzt kommen wir zum Ende. Ich hoffe, viele von euch sind eingeschlafen. Ich hoffe, viele von euch sind eingeschlafen. Und wenn nicht, dann schaut euch einfach ein weiteres Video. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut.